herzlich willkommen zum thema rostschutz und bei diesem thema möchte ich mich persönlich zurückhalten ich bin nicht der große experte für rostschutz aber ich kenne jemanden die sind die absolut spezialisten dafür und es ist ja nicht immer notwendig dass man sich in allen bereichen so extrem gut auskennt aber es ist manchmal wichtig irgendwie dass man weiß wo man schaut jetzt schauen wir uns einmal das folgende thema an rostschutz ich kann schon ein paar einleitende worte dazu sagen und zwar es ist einmal extrem wichtig dass ein fahrzeug am unterboden nicht rostet und generell alle ausschneidungen die wir machen werden mit rostschutz behandelt also zum beispiel wenn man fenster ausschneidet wenn man ein loch in den unterboden bohrt für ableitungen von wasser etc also all das ist natürlich absolut relevant wenn du jetzt ein gebrauchtes auto zum beispiel kaufst und das hat schon ein bisschen rost dann musst du entscheiden okay ist der rost noch zu behandeln oder nicht das kann ich dir in diesem video jetzt einmal nicht abnehmen ich kann dir nur sagen wenn der rost substanziell ist und du merkst es nachdem du dir ein paar solcher autos angeschaut hast ist das jetzt ein rost den man sozusagen im griff bekommt oder ist es ein rost wo du ganz ehrlich du arbeitest zwei tage dran und dann fangt es an der nächsten stelle wieder an und dann fangt es wieder an und dann fangt es wieder an und dann fangt es wieder an also solche autos würde ich eigentlich sein lassen welches produkt man hier jetzt nimmt da gibt es diese absolut geniale seite korrosionsschutz-depot.de da habe ich mich eigentlich eingelesen und ich bin zwar kein ich bin ich komme nicht aus dem metallbau von daher fehlt mir ein bisschen dieses wissen drüber ich versuche aber das so gut wie möglich meine erfahrungen wieder zu geben und zwar ich habe mich hier ein bisschen eingelesen und zwar es gibt geben wir vielleicht direkt auf die seite drauf also wir haben jetzt posten eingeben korrosionsschutz depot.de und das sind aus meiner sicht die absoluten profis und zwar weil sie nicht nur ein produkt haben zwei produkte drei produkte vier produkte sondern die haben eigentlich die ganze palette aus meiner sicht und die sind relativ neutral in der beratung jetzt schauen wir uns das einmal an was heißt beratung wenn wir hier zum beispiel auf rostschutzlacke gehen da gibt es roststopper chassielack motorlacke felgenlack speziallacke und weiß der geier noch was alles also gehen wir mal zum unterbodenschutz aus meiner sicht eines der wichtigsten dinge die man überhaupt machen kann also unterbodenschutz jetzt fragen mich die dann wir zeigen ihnen hier mögliche bewährte und sehr gute lösungswege weil übrigens rostschutz das ist so eine kleine wissenschaft der eine sagt der nächste sagt der ist die werkstatt sagt ganz was anderes ja also das ist so ein thema ein sehr fast schon mystisch behaftetes thema ja und die jungs machen da folgendes die die leiten mich da durch ja also ich sage zum beispiel unterbodenschutz und die sagen okay unterboden oder betrifft es eher die achsen ist es der hohlraum die hohlraumversiegelung betrifft es die falze den innenboden oder karosserie also gehen wir mal karosserie zum beispiel bei rost an der karosserie gilt es zu unterscheiden sitzt der rost zwischen blechen falzrost und spaltrost oder ist der rost auf der fläche gut erreichbar na gut sagen wir mal er ist gut erreichbar soll der rost komplett beseitigt werden ja komplette beseitigung danach neue lackierung nein vorerst nur den rost stoppen also gehen wir da mal auf nein nur den rost stoppen dann schlagen sie mir vor overtrol öl oder oxyblock was immer das ist mit einer spritze oder nadel in rost blasen einbringen und punktuell mit rost radierer schleifpapier danach restrost restrost rost mit overtrol öl sättigen und da gleich die information overtrol öl und oxyblock müssen alle etwa alle zwölf monate neu aufgetragen werden also so jetzt sagen wir mal overtrol öl mit dem habe ich auch sehr gute erfahrung das ist übrigens ein das ist mehr oder weniger ein öl das sich auf den rost drauflegt also da bitte nicht komplett entrosten mit mit dem trennschleifer und mit irgendwelchen schleifpapieren oder was auch immer sondern der braucht ein bisschen rost um sich anhaften zu können das ist vor allem wenn du jemals am unterboden warst bei anhängern oder bei einem fahrzeug oder was auch immer dann wirst du stellen sehen da ist es ganz einfach wirklich schwierig hinzukommen das heißt es ist zum teil einfach unmöglich außer du zerlegst das komplette auto dass du da wirklich mit mit ich weiß nicht also entroster oder oder was auch immer irgendwie dran kommst und das ist bei overtrol zum beispiel gar nicht notwendig jetzt gehen wir da mal weiter jetzt sagen die overtrol öl ok so das schlagen sie mir vor jetzt suchen wir uns da mal irgendein overtrol zum beispiel aus also overtrol öl 1 liter kostet 28 euro gut und da gibt es einmal die weitere erklärung was das eigentlich alles so macht so und dann gibt es unter downloads haben sie ein eigenes pdf gemacht schauen wir uns das einmal an wo sie tatsächlich mich wirklich durch den gesamten prozess führen und das finde ich schon also ehre wem ehre gebührt ja rostlos glücklich schreiben sie da overtrol öl das gibt es natürlich auch über einige andere produkte übrigens kann ich dort anrufen ja ich habe eine beratung also wie das geht einfach nicht besser das ist wirklich die verdienen halt ihr geld einerseits mit der beratung online oder halt übers telefon zum beispiel und verkaufen damit halt ihre produkte aber also das ist ich bin absolut war von anfang an fasziniert wie ich das vor ich weiß nicht zehn jahren kennengelernt habe so also da beschreiben sie dann overtrol öl ist vom grundprinzip her ein lufttrocknenes naturöl mit hohem festkörperanteil und bla 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 verarbeitungstemperatur auf minus 10 bis 35 grad ergiebigkeit trocknungszeit ganz wichtig rost versiegelung so und da geht es dann weiter und da sieht man dann auch bilder man kann sich da was vorstellen das ist also nicht ein trockener text sondern das ist wirklich jetzt liest man sich halt einmal durch und überlackierbarkeit ja also was mache ich wenn ich das aufgebracht hat zum beispiel da steht overtrol öl kann im abstand von circa zehn minuten mehrmals aufgetragen werden und dann wird das überlackierbar ist es nach 24 stunden bei 20 grad also auch wirklich detailliert und und ja gut also ich bin begeistert das sind also diese pdfs die es da gibt dazu und ja und wenn man sich nicht für overtrol entscheidet dann entscheidet man für sich vielleicht für das klickt man wieder da rein ich weiß jetzt nicht ob es zu allen schauen wir mal da zurück anleitung zu oxyblock also gibt es auch wieder eine anleitung da kann man das wieder im pdf herunterladen schauen wir uns das an ich glaube sogar dass dieses heftchen wenn du das produkt bestellst dass dieses heftchen bei gelegt wird aber ich da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ja also auch hier wieder einfach also grundsätzlich mal die beschreibung vorteile also ich meine besser geht es nicht siehst du du hast hier die bilder das geht einfach nicht besser aus meiner sicht das ist wirklich absolut genial und wirklich auch im detail geht es um die falze geht es um die flächen muss ich die flächen vielleicht vorher verspachteln und dann wieder schleifen etc also es ist wirklich eine eine so detaillierte eine so detaillierte beschreibung dass es absolut faszinierend ist und ja also das ist das aus meiner sicht ist das eine wirklich geniale sache wenn man wenn man sich mit dem thema rostschutz befasst also das was das was ich als leihe machen kann ist ganz einfach diesen profis zu vertrauen und hier gibt es nicht nur den rostschutz da gibt es die unterbo also den holt die hohlraum versiegelung es gibt hier übrigens auch noch so spezial bereiche wenn du dich da einlesen willst also wohnmobil rostschutz karawan unterbodenschutz weil manchmal ist das aus holz ja also das finde ich wirklich sehr faszinierend mit diesen also zum beispiel hohlraumschutz mike sanders korrosionsschutz fett ist vielleicht ein begriff da haben wir das over troll also das sind so die klassisch die üblichen verdächtigen würde ich mal sagen fluid film wird immer wieder genannt brote wachs ich glaube das ist für ist das für die ist das für die felgen weiß ich jetzt gar nicht also und was war auch ein klassiker ist es ist branto korrux also das ist so drei in eins das mehr oder weniger wenn man sich eigentlich um das thema überhaupt nicht kümmern will dann glaube ich gibt man einfach branto korrux drauf das funktioniert fast immer aber auch da wieder ja es ist sie beschreiben einfach das ist nicht gut mit diesen pdfs und wenn man wenn man sich die zeit nehmen will ich finde das ist es wert das ist absolut wert sich da ein bisschen einzulesen ich habe wie gesagt gute erfahrungen mit dem over troll gemacht ich habe es ich habe damals einen sehr verrosteten anhänger gehabt den habe ich komplett entrostet im sinn von also die die sachen die schon abgeblättert sind die habe ich weggenommen mit mit so einer drahtbürste und mit einem schraubenzieher und dann habe ich großflächig wirklich dieses over troll aufgesprayt also es geht ja auch mit druckluft das kann man mit pinsel aufbringen mit druckluft wie auch immer dann diesen vorgang wiederholt und dann habe ich das mit einem decklack überlackiert ja also hier sieht man zum beispiel so ein bereich der ist halt dann wirklich absolut perfekt gemacht ja also sowas hält dann auch einfach lange und die sache ist dass der unterboden muss immer behandelt werden selbst wenn es ein neues fahrzeug ist ich meine klar okay du kannst vielleicht die ersten zwei jahre fahren ohne behandlung aber ich würde es dir sogar dann empfehlen immer wenn man zum mechaniker fährt und dann pickerl machen lässt oder eine tüfe überprüfung dann würde ich ganz einfach sagen okay bitte schau dir den unterboden an und wenn es möglich ist bitte machen wir auch den unterbodenschutz es gibt eigene firmen die machen das machen das serienmäßig und da würde ich die ganz einfach fragen okay was habt ihr in den verschiedenen bereichen für was würdet ihr nehmen für so normalerweise kennen die sich eh sehr sehr gut aus in manchen bereichen vielleicht kann man sagen ja ich hätte ganz gern statt dem seilfett ein elaskon oder ich möchte die hohlraumversiegelung nicht mit mike sanders machen so mit einem anderen produkt wie auch immer und das korrosionsschutz depot ist da quasi so die stärkt stärkt einen den rücken weil natürlich wenn du jetzt in eine werkstatt gehst und die haben jetzt seit 20 jahren das seilfett verwendet und die sagen das ist das einzige was irgendwie möglich ist okay dann kann man darauf vertrauen kann sagen okay passt ja das wird schon wird schon seine richtigkeit haben aber wenn man sich eben im detail einlesen will und wenn man sagen will okay ich na das ist nicht so gut das seilfett das ist für meine anwendung nicht passend ich hätte etwas besseres na dann kann man sich das auto halt könnte man sich das auch selber machen beim unterbodenschutz ist es halt meistens so dass man die hebebühne nicht hat das ist das hauptproblem also das am auto etwas zu reparieren ist ohne hebebühne manchmal schwierig vor allem unterbodenschutz natürlich gibt es dann wieder so möglichkeiten wie du das fahrzeug vielleicht auf seine barriere oder so eine rampe drauf bringst aber ja also das muss jeder selber entscheiden ob er das machen lassen will oder selber macht gut und hiermit bin ich hiermit möchte ich das thema rostschutz schon abschließen ganz wichtig ist aus meiner sicht egal bei welchem fahrzeug egal wie alt das fahrzeug ist wenn es nicht wenn es nicht schon über dem berg ist unter anfangs zeichen was den rost betrifft dann würde ich sagen immer rostschutz behandelt wenn es über dem berg ist dann ist dann bitte nicht kaufen das erkennst du relativ einfach wenn du dir ein paar gebraucht fahrzeuge angeschaut hast zahlt sich das wirklich aus ist das wirklich reparabel dieser rost oder ist der schon so weit fortgeschritten dass es einfach keinen sinn macht wenn ich beginnen muss im unterboden irgendwelche bleche einzuschweißen und dann wird es irgendwo schwierig selbst wenn du das problem löst weißt du dass der rost hat sich schon so weit fortgefressen dass es quasi in absehbarer zeit an anderer stelle losgeht und das problem ist bei einem bei einem wohnmobil dass wir ja eigentlich die die kompletten wände versiegeln also wir bekommen ja da auch nicht mehr hin es ist schwierig dann im nachhinein da irgendetwas zu machen weil weil das wird idealerweise mit dem amoflex zugeklebt und dann kommt vielleicht ein holz davor und du siehst du kommst ja einfach nicht mehr dazu du siehst es ja nicht also wenn das schon so im blech manchmal drinnen ist dann ja schwierig wenn manche ausbesserungen natürlich sind das ist auch irgendwo normal also zeig mal ein auto das kein rost hat ja zeig mal unterboden der keinen rost hat also gewissermaßen rost ist in gewisser hinsicht auch normal wenn er sich in grenzen hält und wenn er wenn er immer wieder auch behandelt wird wenn ein rostiges auto nicht behandelt wird dann kann es relativ schnell gehen also dann dauert es vielleicht ein zwei jahre bis das auto dann wirklich unansehlich ist und nicht nur optisch unansehlich sondern ganz einfach dass du in gewissen bereichen vielleicht auch keine tüv überprüfung mehr bekommst und was halt auch in österreich und in deutschland ist also vor allem in österreich vor allem da in den in den alpenregionen also was weiß ich salzburg tirol verradlberg und diese bundesländer wo du halt sehr viel salz im winter hast also wenn wenn schnee fällt dann wird salz gestreut und dann hast du das natürlich am geblätten unterboden drauf also deswegen gibt es eine sogenannte unterbodenwäsche auch also ja kein auto aus tirol kaufen nein spaß also aber es ist vielleicht ist es gar nicht so vielleicht kommt das schon von vielleicht hat es schon einen hintergrund weil manchmal vielleicht so ein firmenfahrzeug fünf jahre gefahren ihm bei jeder witterung in tirol schaut vielleicht anders aus als ein fahrzeug das in südburgenland gefahren wird wo es de facto nie schneit vielleicht einmal ja und dann ist es schon vielleicht eine seltenheit dass du hinter dem fahrzeug fast wo salz gestreut wird also das ist wahrscheinlich schon durchaus ein unterschied ja so viel kann ich zu rost sagen was fällt mir zu rost noch ein was vielleicht auch interessant ist im sinne der karosserie ist dass ab einem gewissen baujahr wurde zum beispiel der fiat ducato voll verzinkt eine voll verzinkte karosserie bedeutet natürlich weniger rost anfälligkeit das könnte man das könnte eine ein argument sein für ein gewisses baujahr ich weiß jetzt nicht auswendig welches baujahr das ist ich weiß nur dass die karosserien ab einem gewissen baujahr verzinkt sind voll verzinkt sind und das heißt zwar nicht dass man überhaupt nie einen rost hat weil selbst bei einer verzinkung wenn die verzinkung defekt ist dann kann dadurch rost entstehen aber natürlich die tendenz zu rost ist durchaus geringer ja ja genau ich würde sagen damit kann ich das thema abschließen und obwohl ich nicht der experte in diesem bereich bin aber wenn ich solche guten websites habe wie dieses korrosionsschutzdepot dann dann weiß man einfach wo man nachschaut und ja herzlichen dank fürs zuhören und bis bald